Genau, das ist ein bisschen mehr quieren machen als Planet. Moin Leute, was geht? Willkommen wieder zu einem neuen Video und zwar zu unserer neuen Serie Stuntuber. Heute mal auf der Map Unrot, glaube ich, heißt die. Ist, glaube ich, irgendwie französisch oder so. Kann ich leider nicht aussprechen, da ich kein Französisch kann. Mit dabei ist natürlich der Funsnipes. Sag mal Hallo. Juhu. Hi Leute, was geht? Ja, schaut bei ihm auch vorbei Sein Video, also seine Perspektive Ist auch noch unten in der Videobeschreibung Verlinkt, genau wie sein Kanal Lasst Likes da, lasst Abos da, wenn es euch Gefällt, ja moin Und ja, man sieht Es sind viele Loopings und viele Warruns dabei Auf dem Bild Und ja, es wird auf jeden Fall krass Und ich würde sagen, lass mal starten Genau, starten wir mal rein Oh mein Gott, ich bin gespannt Also wie immer ist eine Strecke, die wir noch nicht gefahren sind bisher Also wundert euch nicht, wenn wir den ein oder anderen Fehler machen Oder völlig abkacken Das kann auch mal passieren zwischendurch in einem der Videos Genau, also Das ist auch für uns neu Stuntüber Outfit angezogen, perfekt Genau, Oberkörper frei machen Ganz genau, Boxershorts und Schuhe habe ich an Und du hast den Pferdekopf an, perfekt Wir sind perfekt gekleidet, würde ich sagen Ja, ich zeige euch mal da, Daniel Ich kann nicht unterscheiden, ob dein Pferd lächelt oder verrückt ist Ich glaube beides So Unrute, glaube ich Ja Also das sieht ja schon mal echt sehr eklig aus Ja, vor allem auch alles keine Farben Alle Loopings und so haben die gleichen Farben Genau Let's go So, zwei Runden sogar, krass Ich höre Delfine Oh Gott, da rammt sich zwei Und ich kriege die Kurve nicht Okay, der erste Loop bin ich schon da Oh mein Gott, da stimmt jemand Oh mein Gott, ich habe mich gedreht Was? Ich fahre zu langsam und fliege raus Krass Oh mein Gott, ich habe mich einmal kurz gedreht Ich weiß nicht, warum ich mich gedreht habe, aber Krass Oh mein Fünfter Warum ist jetzt Radio an? Krass Keine Ahnung Ich habe das Rad ausgemacht Oh mein Gott Was ist das? Ein Slowdown Ich habe mich voll erschrocken Oh mein Gott Oh mein Gott, war es knapp Hätte ich das überstanden, dann wäre ich echt ein Hacker gewesen So, weiter geht's Oh Gott Hä, dieser Looping, ey Oh mein Gott War on Oh mein Gott, ich bin rausgeflogen Hallo, Leute Ich bin einmal über euch geflogen Ich fliege schon wieder raus, krass Ich komme nicht weiter Oh mein Gott, wo muss ich hin? Ach, krass, da vorne Man fliegt übereinander hier, ne, in dieser Strecke Übereinander, krass Ja Ich will es ja auch gerne sehen, aber ich komme nicht weiter Ich habe Überschlagung Okay, war alles so geplant, Leute Alles war so geplant Oh mein Gott Der nächste Looping schafft schon wieder nicht, krass So, endlich Oh mein Gott Oh mein Gott, was ist das denn? Was denn? Du willst ja gar nicht hinkommen, wo ich gerade bin Nein Oh Gott War on Ja, ja, ja Hä? Ich bin nicht draufgekommen Oh mein Gott, ich habe es fast geschafft, aber Nur fast Man muss da so runter Man muss diesen Wallrun so runterfahren Runterfahren? Krass Ja Ich bin auch beim Wallrun, aber Es geht irgendwie gerade nicht Ah, jetzt geht es, jawohl Okay, man muss ein bisschen hochgehen Oh mein Gott, nein Ich fall wieder runter Oh Gott Ich sehe jemanden Und ich fall runter beim Looping Ja, mein Gott Ich habe versucht, das Ego-Perspektive Das war der letzte Was ist der Müll? Ja, hier kommt man nicht weiter Ich komme beim Looping hinter euch nicht weiter Krass Oh mein Gott Looping geschafft Oh Gott, was macht ihr da? Was macht ihr da? Was mache ich da? Oh Gott Krass Verstehst du, wie krass die Strecke jetzt ist? Ja, ich verstehe sie Bist du jetzt auch da, wo wir sind, ja, ne? Ja, ich bin aber 5 da Ja, das ist Oh, man muss runter Oh mein Gott Ja, Mann Sag ich doch Hä? Was ist das denn für ein Rennen? Krass Oh mein Gott, nein Ich höre Delfine Das ist Wie soll man das schaffen? Nicht mal Hacker Jonas schafft das Oh nein Wir fallen alle hin Ich habe es geschafft Boah Wie, du hast es geschafft? Krass Ja Oh mein Gott Ich komme immer noch nicht weiter Das ist deine Todesstrecke Genau wie vorhin meine Todesstrecke war Oh mein Gott Was mache ich? Kann ich geradeaus fahren? Äh Wie hast du das geschafft? Krass Oh mein Gott Zweite Runde Oh, 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 oh Leicht gut, leicht gut, leicht gut Oh mein Gott, ich habe es auch geschafft Ich habe es auch geschafft Heftig Und danach wird es wieder gerade, ne? Ja, aber voll langsam Warum wurde ich jetzt langsam? Krass Ja, ist bei mir auch so gewesen Voll viel Slowdowns Ja Okay, oh, Stopp-Schild Ach, Warnzeichen-Schild Krass Was, Nikolator hat Zeit zu texten Nein Ich fahre gegen die unnötigsten Sachen Nein, ich bin rausgefallen Ach, scheiße Okay, ich denke mal die zweite Runde fängt an Jawohl Neue Runde, neues Glück Jonas hat mich überholt Ich sehe es Komm, ich bin durch die Unfallgewordt fast Okay, nächster Looping Diese Slowdowns, ne? Die sind so nervig Oh, jemand ist explodiert Krass Ja, habe ich auch gehört Oh Gott, dieser Looping, ne? Der ist so eklig Dieser Doppel-Looping, meinst du den? Ja Ja, oh Gott Da bin ich voll hängen geblieben Die ganze Zeit Bei dem Doppel-Looping? Ja Oh, jetzt geht's aber Oh mein Gott, ich bin wieder rausgeflogen Oh, jemand springt über mir Das hast du Ich hab dich gesehen Krass Nein, ich bin auch rausgeflogen Krass Oh mein Gott, nein Ich habe einen Fehler gemacht Ich dachte, das ist dieses Stück Wo man wieder runter muss Das ist das aber nicht Da muss ich Gas geben An dem Wallride hier Hab ich vergessen Oh, ich bin jetzt wieder da Oh mein Gott Ich bin jetzt auch da, wo man wieder runter muss Ne, ne, das ist das nicht Das ist das nicht? Ne, ne, das ist das nicht Ich habe ich auch gerade gedacht Das ist das aber nicht Oh mein Gott Ich bin runtergefallen Und das kommt erst beim zweiten Mal Das erste Mal ist so Wo du rüberjumpen musst Oh, ah, okay Ja, Unfall So, neuer Looping Oh mein Gott, nein Ich hätte es fast geschafft Ich sehe dich Ich sehe dich, ja Nein, nein Dampf Na, ich bin schon wieder hängen geblieben Ich auch Oh, zweiter Runter geht's, oder? Oh mein Gott Ja Oh mein Gott, ich packe das einfach nicht Ich brauche zehn Anläufer dafür Oder 20 oder sowas Das ist Wahnsinn Ja, 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 ja Oh mein Gott, nein Ich hätte es geschafft Boah Boah Nein, ich grüfte ab Jonas ist erster Er ist so ein Hacker, ne, der Jonas Der cheatet Auf jeden Fall Auf jeden Fall Er darf nicht mehr mitspielen bei uns in den Rennen Ach, Manu Nein Ich schaffe das einfach nicht Das ist voll krass Hm, zweiter geworden Oh mein Gott Wo kann Nikolator zu? Und du bist direkt vor ihm, ne? Ja Oh mein Gott, ja Ja, ja, ja Oh Das Problem ist Ich fahre erstmal immer ein bisschen runter Wo es runter geht Und danach bin ich zu hoch Voll krass Dass er so rutscht, meinst du? Ja, also ich bin dann zu hoch Und dann komme ich von der Kurve weg Und jetzt rutsche ich da, krass Ja, nein Keks kommt ins Ziel Ja, Keks ist dort da Oh, das heißt Counter, ja Oh nein Oh nein Ich hab's gesehen Schon wieder Krass Ist schwer, ne? Dieses Stück Ja Da bleib ich ganz der Teng Nein Nein Nie beendet Ja, moin Na, ist mir auch schon passiert Krasses Rennen So, erstmal Ein fettes Dislike dafür Und Ja Ich würde sagen Das war's auch schon mit dem Video Wenn's euch gefallen hat Lasst ein Like da Lasst ein Abo da Ähm Ja Ich würde sagen Das war's auch schon mit der Folge Schaut bei Daniel vorbei Seine Perspektive ist auch Unten in der Videobeschreibung Da könnt ihr sehen Wie es aussieht Wenn man das Rennen beendet hat Und dann würde ich sagen Wiederschauen Und Reingehauen Das war's auch schon mit dem Video